Große Trauer im Hause Hertel Am Donnerstag, den 20. Juni 2024, wurde bekannt, dass Eberhard Hertel im Alter von 85 Jahren am Morgen jenem Tages friedlich eingeschlafen ist. Der DDR-Star hinterlässt eine Lücke in der Füße. Besonders schlimm ist der Verlust jedoch für seine Familie, vorangegangen seine Tochter Stefanie Hertel. Ihr Vater unterstützte sie schon als Kind, ihren Weg auf die Bühne zu finden. Die beiden waren ein eingeschweißtes Team, umso schlimmer ist es nun, dass sie sich für immer voneinander verabschieden. Einen Tag nach seinem Tod widmete die Schlägersängerin ihrem Vater wenige und doch so bedeutsame Worte auf Instagram. Danke für deine Liebe. Deine Stefanie Wenige Tage später ist es nun ihre eigene Tochter Johanna Moroz, die sich ebenfalls auf den sozialen Netzwerken von ihrem geliebten Opa verabschiedete. Zu einem Foto des ehemaligen DDR-Stars schrieb sie Worte Mein lieber Opa, danke, einfach danke, für so viel. Deine kleinen Fische hast du so wunderbar großgezogen, und sie wären ohne dich nicht da, wo sie heute sind. Deine singende Stimme höre ich noch immer in meinen Ohren, und dein immer fröhliches Pfeifen hüpft durch mein Herz, verbunden mit vielen schönen Erinnerungen. Dieses Bild entstand an deinem letzten Geburtstag. Du hast gerade das getan, was du am liebsten gemacht hast. Gesungen, die Leute unterhalten, und die beste Stimmung verbreitet. Das ist mein liebstes Bild von dir, und so bleibst du immer bei mir. Bis bald. Bussi Deine Johanna Nicht nur Tochter Stefanie Hertel und Enkelin Johanna Meross haben ihrem Vater und Großvater auf Social Media gedacht, sondern auch sein ehemaliger Schwiegersohn Stefan Meross, wollte sich gebührend von dem Volksmusiker verbreitet. Auch wenn Stefan und Stefanie seit 2012 getrennte Wege gehen, so ist der Kontakt alleine wegen der gemeinsamen Tochter Johanna niemals abgebrochen. Auch zu Eberhard Hertel pflegte der immer wieder Sonntags-Moderator nach der Scheidung von dessen Tochter eine gute Beziehung. Deswegen widmete auch Stefan seinem ehemaligen Schwiegervater einige Zeilen auf Instagram. Viele Jahre hast du mich, uns in jeder Hinsicht geprägt. Musikalisch aber auch als Freund bist du mir immer zur Seite gestanden. Das Leben ist leider nicht unendlich, aber die Erinnerung bleibt. Danke für alles. Ich sag leise Servus. Mein Mitgefühl, ein schöner Beweis, dass sich Stefanie und Johanna trotz der Trennung immer noch auf Stefan verlassen können. Wir wünschen allen Angehörigen von Eberhard Hertel viel Kraft.